ab glatt ist die die starze ich begrüße sie gleich so dass sie gehört wird wird da die lohrt hallo alle das erste ist er ja nicht lange her dass wir gespielt haben Ja, nehm ich bin ja 5 Sekunden. Jaja, fast. Oh, ne. Du Mistvieh hast die zweite Person geklaut. Du wolltest gerade sagen, Daniel, das ist ein Scheiß-Server, oder? Äh, nein. Ist ja noch nie passiert, vor der ersten Folge. Ich weiß gar nicht, ob du es schon wusstest, aber wir sind in Sacrifice. Wir sind in Sacrifice, was ist das für ein Bullshit? Äh, Magnum. Mach den Witz! Nein, mein Vater. Nein, ich kann es ja verknifen, ich mache es nicht. War jetzt so, Alter, gut geschossen, Alter. Komm schon, Nights-Motor hat mich. Ja, ich kann ja schlecht kommen. Alter! Hallo! Was schlägst du mich von hinten? Hat da jemand das Hirn geschissen? Nee, soll ich haben keinen Hirn. Nein! Der Schocki! Daniel! Daniel! Hallo! Hallo, komm schon! Hallo! Hallo! Heide mich mal! Hm. Hier ist nix drin. Ich bin ausländerin! Alter, Zoe ist jetzt... Zoe ist Ausländerin, sie spricht englisch! Was hat sie gesagt? Auf was englisches! ich spiele das erste Mal seit einem Jahr so mal wieder mit der Sniper ich auch Nein was heißt das heißt ja ich hab ich letztes Mal auch wieder mit der Sniper gespielt ich mag eigentlich sehr besser als ich als Mech weil wenn es die gute ist aber hier ist das Taktik-Schrottgang aber ne ich meinst die Sniper ich will ja was anderes spielen ja du musst dich auch zeigen Charger vor allem ist der Sniper gut gegen besondere infizierte außer tank Schocky aber ich glaub ich glaub der hat gleich tank ich glaub ich soll den wir wirklich ja jetzt kommt der aus diesen aus diesen Container bestimmt draus da warte hier ist ein Paddel besser als die Mech hab ich auch ich glaub ich soll mir wirklich ähm doch das Taktik-Schrottgang ich glaube bis dahin kommt ne bessere Waffe wie M16 oder so hm doch meistens nicht davor immer was ich weiß es nicht ok das ist auf jeden Fall ein Server wo mehr Schuss in den Waffen drin ist ah ja 160 Schuss ok na gut bei der Sniper fällt das ja nicht so auf hier ist noch eine Pipe cool ah nein das Feuerwerk ich hab jetzt die P das kennt doch wenn wir in hier an dem machen dann deine die Mäste schlimm ist das hier ja nimm den Tank mit genau oh nein da stand im Gebüsch hat er bestimmt auch in seiner Jugendzeit gemacht hat immer Mädchen aus dem Bus angekotzt ähm ist das noch hier ja ist es noch nein das stellen wir näher auf das passt schon so lass es ruhig nein noch nicht aufmachen ich will erst die Hinterkoten hold on got a heal ja mach schneller hau ich ein im got a heal ey Luis du bist schwarz hehehe du bist der scheiße ich glaube Luis wusste das noch ja nicht er hat bestimmt gedacht dass er braun ist ich mach jetzt auf ja ja mach auf ja mach auf was du Feuerwerk oh wenn der Puro mich mal angekotzt hätte dann wäre alles aus gewesen alt warte ich werfe also Rohrbombe er ist tot er ist tot er ist tot doch ist die Party noch nicht vorbei Achtung oh ja der kommt durch Incoming glaube ich doch ja wer ist das da soll ich da keine kommen wow ich wollte die Puro dazu nehmen Hinten scheint noch relativ viel zu kommen Das ist nicht witzig Mach die Tür auf Mach die Tür auf Ich beschütze dich doch schon Oh nein, wir tun das noch ein bisschen was Da war jetzt hier nicht ewig kämpfen Das ist ja eine endlose Stelle hier Ah Ach das ist so ein geiler Sober Wo die Bots auch so Behälter mit Galle nehmen und so Ah Außer ist es nicht bei allen Waffen so, dass du mehr Munition hast Bei der Combat-Waffe, die ich gerade habe, der ist normal Muni Der habe ich auch genommen Ups Hier ist er, hier ist er Wie sagt man so schön, ein Pimmel wäscht den anderen Ich bin so dumm Du bist so dumm Luis ist so blöd Den Insider versteht aber glaube ich noch keiner Ich verstehe aber auch nicht Boah, solltet ihr das nicht haben? Daneben nicht Seid eben doof 120 Schuss Brand Muni Geil 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 Medipane Nicht geil, weil du es hast Wenigstens einer voll Leben hat Ups Geil Ist da was? Der polít Knall Warahaha Ja, darfst du dich Warum? Der polítkern kannst du auch mal zeigen Kannst du auch mal nehmen Kannst du mal nehmen Now, ich hab grad so schön Brand Muni Okay. Mache ich irgendwann mal. Ja, machen wir den an. Ähm. Bei mir grenzen gerade die übelsten Texturfehler. Ja? Ja, wenn ich in die Garage reingucke, blicke ich ins Leere. Oh, fuck. Siehst du das auch? Oh, ja. Warte, wenn ich rausgehe? Hä? Okay. Wenn ich draußen reingehe, wechselt sich die Textur. Oh, das ist schon mal geil. Pflicht am Server, aber... Aua. Aua. Ich hasse dich. Du wirst sterben. Stop, Daniel. Ich will dich brennen sehen. Ahaha. 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 Nein, das ist nicht witzig. Reloading. Weißt du, was witzig wäre? Weiß ich nicht. Scheiße. Ja, das auch. Fire in the hole. Watch it, watch it. Du hast der letzte Visier vergessen. Wo? Jo. Wo bist du? In diesen Raum dann. Gott, bin ich blind, Heiler. Unten ist ein Alper. Dieser richtig fette Bummel. Ich glaube, ich nehme ihn mal mit. Hilfe, Hilfe, Glocke, komm zu mir. Spring runter. Nein. Nein. Alter, Glocke, kommst du mal? Hohoho. Nein. Spring tot. Was hast du so ewig gemacht? Ich habe die Sniper aufgenommen. Alter, okay. Mach ich das nächste Mal auch. Alter, verpiss dich in den scheiß Raum. Du rettest keinen mehr. Das schaffst du nicht. Ich schaff das. Wie geht's? Oh Gott, du bist so ein Mungu, wenn du das jetzt, wenn wir das jetzt noch verkacken wegen dir. Oh, Lusch. Wo ist denn das Helf-Bruf, ich weiß es nicht. Alter, bist du so zum zum kacken oder so? Oh, ist er mein Tier? Warm. Wärmer. Wärmer. Kalt. Hast du noch was Hüftes gehabt? Ja, nehme ich das hier. Ich gerolle. Deck mich. Du bist so scheiße. Oh, jetzt geht's hin so schnell. Hey, wer hat euch ins Ziel gebracht? Du auf jeden Fall nicht. Was? Das ist eine Lüge. Ah, meine Socken riecht nach Käse. Das ist Wahnsinn. Ups, Entschuldigung. Das Schiff, es rettet uns. Ey, deine Pizza ist da. Na, die wird gerade bestellt. Ah, die wird gerade bestellt, ich dachte, die ist schon da. Quatsch. Äh, sagen wir mal so, war ich in den Laden schon mal, wo ihr, wo ihr, eh, bestellt? Das ist, das ist da, du, noch da bin ich, was die Internet. Ach so. Ekei. Gut. Dann haben wir erstmal, Tschüss, bis zum nächsten Mal wieder. Warte, der ist mit Daniel? Ja. Even if it does go back to normal.